Michael Ackermann, wir sind hier unten am Ende des Hautschlags in Plasse Eibschlund. Was sieht man hier in diesem Loch? Das hier ist ein toter Mann drin. Das sagen wir auch so. Das ist ein Baumstamm, wo man mehr als zwei Meter in den Boden tut. Das bedeutet eine Verankerung, die man, wie man hier sieht, die grosse Seele, wo die Zollbahn ist, fixiert. Die Zollbahn kommt, wo es hergebracht kommt. Sie haben es hier oben so angemacht und durch die Linie gezogen. Und dann wird es mit dem Haufen nachfragen. Auf der Eibschlund, die man sieht, wird es mit auf dem See eingeseilt. Und er muss hier unten irgendwie empfangen, es abheifen kann. Die zwei Leute versagen und die Sortimente aufteilen. und so nahe auch im richtigen Ort hinzuziehen. Den Holzschlag, den wir in den Urkana und Bierbaum machen, die über drei Eigentümer geht. Wie ihr hier seht, das ist die Linie, die rund 450 Meter Länge ist, die eben doch etwas über 100 Kubikmeter Holz auskommt. Und das ist das Schlau-Center. 5. 4. 5. 5. 7.